so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße alle ganz herzlich zum guten morgen gemeinsam mit dxtb heute am dienstag den 21 november 2023 und wir werden uns heute mal ein bundes allerlei gönnen wir werden heute einen blick werfen auf den breiten markt das ist erforderlich tatsächlich an dieser stelle ausgehend vom umstand dass die volatilität zunehmend abnimmt wir haben jetzt thanksgiving direkt vor der tür stehen in den usa das hat zwar nichts mit deutschland zu tun aber dahingehend dann doch zu tun weil deutschland im windschatten natürlich im hinblick auf den dax folgend der wall street logischerweise auch sich eher involatil präsentiert wobei man natürlich anmerken muss beim blick ganz besonders auf der nasdaq der gestern mit neuen jahreshofs brillierte dass das nicht ganz so ruhig von statten geht wie ich es eigentlich erwartet hätte nämlich eine seitwärts konsolidierung stattdessen ich hatte zwar gesagt mit der long seite wäre ich vorsichtig aber dass wir weiter so derart die meter auf der oberseite machen das zeugt schon von ja enormer stärke beziehungsweise vielleicht auch einem enormen bedürfnis seitens der portfolio manager weiterhin aufzuladen wir haben bei microsoft entsprechende entwicklung zu sehen bekommen die sogar neuen allzeithochs resultiert haben oder sind auf die aktie ist auf neue allzeithochs vorgestoßen interessanterweise hatte sich ja hier über das wochenende etwas mit open ai ergeben weil schauen vielleicht jetzt da sogar noch auf der oberseite ein stück weit weiter ausgeht nämlich von den heute nachbörslich anstehenden ein video allerdings da können wir morgen ganz explizit drauf wie gesagt heute erstmal ein übergeordneter blick bevor wir ganz offiziell starten zunächst aber der blick wie gewohnt auf den risikohinweis devisen und cfd sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margen getradet gehen mit dem hohen risiko einher schnell geld zu verlieren sind ausgehend hierfür nicht für jeden anleger geeignet bevor man mit dem handel beginnt erstelle man bitte sein persönliches risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater lade sich dann auf xtb.com kostenlos eine demo herunter testen risikofrei und schau ob der handel mit diesem produkt sich für ereignet und wenn man dann für sich feststellt dass der handel mit diesem produkt sich eignet dann hat man natürlich auch die möglichkeit ein live konto zu öffnen diesbezüglich alle informationen verstehen weil es ganz besonders auf xtb.com.de darüber hinaus gibt es auch gerne die möglichkeit mit dem berliner bürokontakt aufzunehmen kontaktdetails folgen sogleich kurz in eigener sache bitte nichts in den folgenden minuten als anlageempfehlung missverstehen ihr habt hier die möglichkeit eure fragen zu stellen ich gebe da gerne nach bestem wissen und gewissen meine antwort meiner einschätzung zu aber es ist rein dientreien informativen rein edukativen zwecken bitte wie gesagt nichts als anlageempfehlung missverstehen die versprochenen kontaktdetails telefonnummer und e mail adresse kurz zu xtb als broker bester cfd brokers jahres 2023 ausgezeichnet von broker wahl die gründe dazu geführt haben findet ihr hier einmal links unter anderem aufgelistet und ein grund mit sicherheit auch die xstation in die wir wie gewohnt jetzt hier einen blick uns gönnen wollen und wir wollen zunächst beginnen mit dem nahrstack und dem ausbruch und diesem run den wir zu sehen bekommen haben ausbruch aus dieser potenziellen bullenflagge wir hatten das lang und breit ja thematisiert über die letzten wochen dass wir hier möglicherweise eine solche formation ausbilden ich muss allerdings meiner so ganz ehrlich gestehen ich hätte nicht gedacht dass es so schnell geht wir müssen uns vor augen führen vor drei wochen noch notierten wir hier im bereich um die unsere nennen wir sie trennenkanal begrenzung bullenflaggen begrenzung wie auch immer geartet sondern ein aufdrehen und beschleunigten dann sehr dramatisch noch mal zusätzlich öl ins feuer gießend ausgehend von den inflationszahlen vergangene woche am dienstag war es ziemlich genau eine woche ist es her hat dann noch mal eine beschleunigung auf der oberseite gegeben statt aber dann dass es zu einer digestion kommt oder zu einem verschnaufen vielleicht in irgendeiner form hat der markt weiter momentum auf der oberseite aufgenommen gestern noch mal stark in die woche gestartet und wie gesagt neue jahreshochs wurden da jetzt gerade markiert nicht auszuschließen dass wir sogar dann über den dezember und in weihnachtsfest hinein im übertragenen sinne einen run zu sehen bekommen wo wir sogar die allzeithochs im falle des nasdaq also der tech bereich weiter outperformed par excellence ins visier nehmen und was in dem zusammenhang vielleicht ganz wichtig ist auch mit ausblick auf die nvidia erding schon einmal es wirklich ist aktuell ein wirklich perfektes line up der stars möchte man sagen es ist eine perfekte aneinanderreihung von sternen die wir hier zu sehen bekommen wir haben zum einen wie gesagt die inflationszahlen kommen unter der erwartung rein nämlich im hinblick auf dann einen geldpolitischen kurs seitens der us-notenbank der jetzt wahrscheinlicher wenig restriktiv sich darstellen wird in folge dessen dann über das jahr 2024 über den terminmarkt fett watch tool beispielsweise verdichten sich die spekulation dahingehend dass man sagt die fed wird den leitzins ende des jahres 24 also zwölf monate von jetzt schon um 100 basis punkte gesenkt haben dann haben wir darüber hinausgehend entsprechende entwicklungen die wir seitens der portfolio manager sehen also potenzielles fomo das heißt die sitzen auf cash under investet also und unter investiert und müssen dieses geld ins spiel bringen und das presst jetzt in den markt hinein regelrecht weil du musst am ende des jahres eben dann investoren potenziell erklären warum du der art den s&p nasdaq oder was auch immer am underperforms und wenn du dann sagst nun ja aus den und den gründen haben wir uns erst mal mit investments zurückgehalten haben wenigstens fünf prozent zu sehen bekommen in führungsstrichen auf unsere investments in zweijährigen bonds oder dergleichen dann wird der ein oder andere investor durchaus frustriert sein und eventuell sein investment mit dir beenden so darüber hinausgehend sehen wir dann auch entsprechende turnarounds wir sagten gestern das übers wochenende eigentlich gab es ja eine entwicklung rund um microsoft an der stelle microsoft übrigens ich habe es gestern falsch gerechnet gehabt noch nicht zum wertvollsten unternehmen ausgehen von der marktkabel lesung aufgestiegen da fehlen noch rund 150 milliarden glaube ich wenn ich das richtig gesehen habe aber microsoft ja durch die entwicklung rund um open ai chat gpt der absetzung des ceos von open ai sam altman dann in einem coup regelrecht muss man sagen hat sich hier die brainpower von open ai nahezu gesichert mit sam altman und seinem team die jetzt entsprechend bei microsoft untergekommen sind und dort ein entsprechendes research team betreuen oder beziehungsweise aufbauen sollen also erst mal liquidität also zur verfügung gestellte mittel im überfluss und darüber hinausgehen keine schwierigkeiten irgendwie mit regulieren oder mit irgendwelchen behörden oder irgendwelchen anhörungen oder dergleichen oder sorgen dass es dort vielleicht zu einer zu einer zu zu einem zu einem komplott naja komplott ist es vielleicht nicht kommen könnte in irgendeiner weise also auf jeden fall im hinblick auf eine übernahme dass diese in irgendeiner form von regulieren ganz besonders eben argwürdig beäugt wird ja das ist jetzt mitarbeiter ist jetzt angestellter von microsoft und so ist man diesen ganzen potenziellen wust hier umgang hat sich im grunde genommen open ai einverleibt und das zum nulltarif und das ist ein ziemlicher coup ehrlich gesprochen wer auch immer darauf die idee gekommen ist sam outman als ceo zu schassen der muss man sagen das war keine so gute idee also beziehungsweise wenn es vielleicht unterm strich der idee wäre sei es drum fakt ist im hinblick auf den übergeordneten markt im hinblick auf microsoft selbst mit den neu markierten allzeithochs mit dem push gestern auf neue allzeithochs rausgehen von der marktkapitalisierung auch das ein zusätzlicher ein zusätzliches öl ins feuer gießen einfach im hinsicht hinsichtlich der bullischen ist also das ist der nächste stern der sich dort aufreiht und dann haben wir heute abend nachbörslich eben noch nvidia wir erinnern uns vielleicht daran das ist nicht das erste mal dass wir in gefühlt jedenfalls sehr stark überdehnt in ein earnings release reinkommen das bedeutet wir hatten eigentlich schon zu jahresbeginn mit einer performance von ich glaube es waren innerhalb von sechs sieben wochen in die ersten earnings für das vierte quartal 22 hatten wir schon 60 70 prozent aufschläge zu sehen bekommen abschläge sind nicht gestartet oder haben nicht auf den weg gebracht stattdessen breakout auf neuer jahreshoch zum damaligen zeitpunkt enge konsolidierung weiteres momentum genau das gleiche hier da hatten wir uns dann aktienkurs technisch schon mehr als verdoppelt gehabt als wir in die earnings für das erste quartal reingekommen sind dann mit ausblick für das zweite quartal die 60 prozent über der wall street gelegen haben gap up neuer allzeithochs und rallye auf der oberseite gipfelnd dann mit den letzten earnings die dann haben sogar diese ganz normal übertreffen können vor drei monaten mit neuen allzeithochs und genau in den gefilten handeln wir jetzt aktuell zwischenzeitlichen kurzer rücksetzer hier vielleicht eine bärenfalle gewesen oder dergleichen lange rede kurzer sinn wir kommen wieder extrem stark über den fast möchte man sagen in diese nvidia earnings der ein oder andere sagt wie wir wie viel wollen die jetzt noch überzeugen und genau das ist nämlich der punkt im derzeitigen umfeld scheint wirklich alles möglich zu sein oder beziehungsweise auch dann entsprechend geliefert zu werden und das ist deswegen relevant weil natürlich ausgehend von solch einem earnings release bei dem ich jetzt nicht ausschließen würde dass auch dieser wieder die erwartungshaltung übertrifft und das entweder auch ausgehend von diesem dann auf neue am allzeithochs ausbricht das eben dann im windschatten logischerweise hier beispielsweise der sox das ist ein etf auf den halbleiter bereich ebenfalls zu einer attacke wenigstens auf die jahreshochs vielleicht sogar auf die allzeithochs ansetzt und ausgehend dann von dieser attacke wiederum der nasdaq im windschatten oder beziehungsweise das öl erhält um das feuer anzufachen was dann auch hier eine weitere beschleunigung auf der oberseite auf den weg bringen das führt uns also unterm strich zu eben der überlegung dass weiterhin die long seite zu favorisieren ist ich wäre vorsichtig im hinblick auf marketplace ich bin weiter eigentlich eher auf das cherrypicking und ausgerichtet also das heißt ich besuche mir einzeltitel die mir attraktiv anmuten wo ich dann auch denke in solcher im long umfeld hätten wir da vielleicht schärferes momentum da könnte man aktuell eine target ins spiel beispielsweise vielleicht könnte man auch mit einer tesla arbeiten könnte an der stelle hier sagen wenn wir uns das mal hier betrachten wir sehen an der stelle auf 30 minuten basis zum beispiel pendeln um die fünf tage linie das hier an dieser stelle breakout hier ist durchaus im bereich des denkbaren über die 237 mit dem momentum drive richtung 245 246 eventuell das wäre auf jeden fall denkbar wenn wir uns anschauen wie stark tesla performt hatte nach dem jüngsten rücksetzer und dann hier dem schluss dieses earnings gaps dann dieser rücksetzer den wir hier zu sehen bekommen haben aber jetzt dieser leichte curl-up also durchaus denkbar dass da ein bullischer breakout stattfindet wie gesagt eine target beispielsweise überhaupt da 131 50 100 ja 131 131 50 vielleicht mit momentum richtung der 135 136 region aber es sind eben die cherries die man rauspicken sollte ich will nicht ausschließen dass wir noch mal den schub auf der oberseite sehen nvidia könnte der trigger sein dann ausstrahlen auch ausstrahlen auf dem breiten markt an dieser stelle und könnte dann an der stelle eben auch den erstag noch mal ein bisschen treiben meine tendenz geht eher in richtung konsolidierung seitwärts aber wenn dann eher long heißt unter dem strich short seite mit großer vorsicht zu genießen sucht euch lieber place raus die an dieser stelle eher die long seite eben begünstigen die sich vielleicht im einzeltielbereich als attraktiv herauskristallisieren erwartet grundsätzlich nicht so viel im hinblick auf die jetzt anstehende volatilität vor dem hintergrund eben der feiertage in den usa thanksgiving black friday und so das wäre es meinerseits gewesen morgen schon wieder auf den video earnings ich freue mich drauf happy trading passt auf die stops auf habt euch wohl bis dann